Ich glaube Unusual Meals habe ich mir noch nicht gegönnt, oder habe ich mir viele Videos von nicht gegönnt, ey wir gucken mal das Neue davon an, ok? Oh mein Gott hat es lange gebraucht. Ich habe gedacht das ist eine scheiß Schlange, Alter, das ist einfach ein Frosch. Hey was doch, ne warte, was? Hey doch das ist ein Frosch. Hä aber was ist das da unten? Hey was ist das? Das ist doch kein Frosch. Ey was ist das da unten? Ein Molch? Seit war das ein Molch so groß? Das ist doch kein Molch. Hunde Beste. Ich sage es jedes Mal wenn es einfach vorkommt, Hunde größer als Katzen. Es ist meine persönliche Meinung, alle die eine Katze haben und sagen Katzen sind das Beste, fühlt euch jetzt nicht angegriffen, aber meiner Meinung nach ist ein Hund größer als eine Katze. Und das ist ein richtiger Hund. Das ist so ein großer Hund. Das ist ein Top Hund. Nicht diese kleinen Dinger. Wenn du mal dagegen läufst, fliegen die 500 Meter. Ne das ist ein Hund. Kannst du deinen Laptop benutzen? Ey das ist meine Episode. Das ist meine Episode. Ey jetzt mal ganz ehrlich. Es gibt so viele gute Tiere man. Waschbären. Ey wer hat meine Instagram Story gesehen? Auch mit den Enten. Ey so nice einfach. So nice. Ok. So nice. Noice? Noice. Noice. Es que se los te pasa a ti maricon. Huevón y vue puta. Noice. 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 Der ist komplett weg, der ist komplett weg, Alter. Holy shit, raw cash. Cash in die Tash. Das ist alles raw cash. Der ist komplett weg, Alter. Der ist komplett weg, Alter. Der ist komplett weg, Alter. Hey, hier, alles voll. In der Seitentür, alles voll. Full, full, full. Rotes T-Shirt. Warum? Dieser Frosch kommt so oft vor. Was ist denn da los? Es ist immer derselbe. Es ist immer derselbe. Ja, da gehen auch Grüße raus an Justin, ganz klar. Gus, what are you doing? What are you doing? Come here, Gus. Gus, come. Warte, der Hund hat sich auf den Gartenschlauch gelegt. Ach nein, auf die Sprenkelanlage. Lull. Ich suche nach einem Schlauch, der liegt auf der Sprenkelanlage. Ja, Schlauch, du Genie. Ey, xx, roll it, xx. Da war kein Schlauch. Du Genie. Das war die Sprenkelanlage. Klugscheißer im Chat und direkt verkackt. Los, wer ist denn? Auf Need for Speed Underground angelehnt, Alter. Ich muss, der hätte 1 zu 1 in Underground vorkommen können. Das war die Sprenkelanlage. Und du könntest wirklich aufgehört, da das Jarl, weil es wird es aus der Runde herausfordern. Und watch. Die Sprenkelanlage ist die Sprenkelanlage für den Garten. Van, van van, van. Geist, die Sprecherin. Told du was. 3, 4, 3, 4, 4! Oh my God! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bits, sasch, I was taking the bath. And I'm about to throw that in a night. Walsh, I want to give you some five. Somebody give them both five more. Are they going to get that? Ja, wir werden re-stocken. Yo, we're going to restart. What are some of the things we're going to time off of? I can't understand. I was going to say, with the calls and the time files, you're going to have them restock? Uh-huh. When? I think tomorrow. I just spilled it on my crotch right here. All my bad. That's all right. Sometimes when it does that, it makes me meow. Thank you, man. Katzen. Punkt. Katzen. Punkt. Spendi. Spendi. Punkt. Hey, Salary, danke für 4 Euro. Real Talk, du musst dir dieses Video angucken, noch nie so sehr gelacht. Guck erst ab Minute 8. Trust me. Wenn das jetzt nicht witzig ist, ab Minute 8, dann raste ich hier komplett. Oh, das sieht ja gut aus, Manni. Jetzt wird es langsam. Ja, ich hatte ein Problem. Weißt du, was Problem ich hatte? Was? Ich hatte das P vergessen. Aha, dann hatte ich das da. Einfach ein P vergessen. Was soll das Po heißen? Hip-Hop. Popo. Nein, Hip-Hop. Puppe. Günther, ich gehe mal jetzt raus. Die Überraschung, wenn die genug gemacht haben, kriegen sie sich, gell? Bis dann. Bis dann. Zu Rapper, zu Rapper. Retten, retten, retten. Meine armen Ohren. Super gemacht. Jungens, weil ihr so hoppig, peppig und floppy seid, will ich euch was mal zeigen. Nenning, such mal aus, dass ich mich beleidigt bis nachher. Super geil. Manni, gefällt mir. Toll. Einfach toll gemacht. Jungens, ihr seid richtig Helfat. Aber jetzt mal ehrlich, jetzt mal ehrlich, das steht denen. Also ich finde, die sehen jetzt nicht, ich finde jetzt nicht, also ich finde, das passt zu ihm. Hat ein bisschen was von, na sagt's mir. Ey, wie heißt der nochmal? Oh, sagt nichts. Wie heißt der nochmal? Nicht Gandalf. Auch nicht Fat Joe. Action Bronson. Ey, wie hat es geschrieben? Es ist Action Bronson. Holy shit. Und du, Uwe, auch an. Was für 50 Cent, Digga. Boah, siehst du geil? Hippig aus. Witze. Ey. Hey. Hey. Yeah. Jupp, 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 jupp. 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 Ist das nicht Spaß? Jupp, jupp, jupp. Ist das nicht was Schönes, Jupp? Ja. Du siehst aus gut. Du siehst wie Opa für Rippa aus. Jupp, 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 jupp. Bo, bo, bo! So! Wuuu! 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 Gib mal einen Funden! Gib mal einen Treppe! Gib mal einen Bums! Super Auto, Jungs. Weißt du was? Wir machen jetzt Feierabend. Wir haben es geschafft, Wums, war? Komm, Manni, verlaufen jetzt! Wum, wum, wum. Ich werde den wir knacken auf! Aaaaaah! Richtig! Ey, ich sag euch mal eins, ne. Ey, ich feier die so hart ab, Mann. Die haben den Spaß ihres Lebens, ich sag's euch. Ohne Spaß, Mann. Ey, ganz ehrlich, jeder, der schreibt unlustig oder so, keine Ahnung. Ey, die haben einfach so... Ich glaub, die hatten so ein... Also so eine nice Zeit da einfach, holy shit. Deswegen, ey, ich feier's schon hart ab, Alter. Die Ludovs sind echt sehr nice, Mann. ... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.